So, willkommen zum dritten Teil in meinem neuen Volvo EX30. Jetzt fahren wir mal gemeinsam und wir fahren von Gemünden. Also gute Autohab-Zuschauer wissen ja langsam, wo die MA-Autohäuser ihre Häuser haben. Vielleicht kann ich es noch mal ganz kurz hören. Das war Gemünden, das war Karlstadt, da kommt der Volvo hier. Und es war Wiesenfeld, habe ich letztes Jahr ja gerade mal falsch gesagt. Flo, hast mich nicht korrigiert, aber du hast es auch nicht gewusst. Von daher, du bist entschuldigt. Lass uns mal ein bisschen über das Fahren reden. Am Ende kauft man ja ein Auto doch auch wegen dem Fahren. Dass das Ding über 400 PS hat, über 500 Nm, habe ich euch schon mal gesagt. Was Flo und ich eben, bevor die Kameras noch liefen, gesagt haben, wie stehe ich hier von 0 auf 100? 3,6 Sekunden von 0 auf 100? Da musst du immer so kurz nachdenken. Ich meine, ich bin ein alter, weiser Mann, ich bin ja ein Boomer. Ich bin kein Boomer, habe ich letztens gelernt. Ich bin Gen Z, kann das sein? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Das war auf jeden Fall für mich früher. 3,6 Sekunden von 0 auf 100, das waren Posterzeiten. Das sind Autos gewesen, die hast du dir als kleiner Junge im Kinderzimmer über das Bett gehängt. Die gingen in 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Und heute, heute macht das ein einfacher, kompaktes SUV. Und da steht ja auch noch Volvo drauf. Gerade Volvo, wer hätte das dann jemals einem Volvo gedacht, dass die Giste so dermaßen durchs Land steigt, so massiv los. Wir fahren hier unten lang. Wer hier zu Hause ist, wird merken, dass ich gerade nicht den direkten Weg an der Bundesstraße langfahre. Aber hat was damit zu tun, ich möchte dem Flo von der Bäckerei Rüb den Kaffee noch holen. Die Bäckerei Rüb macht keine Werbung bei uns, hat auch nichts für bezahlt. Einfach jetzt aus Lokalpatriotismus, darf man das so sagen? Ja, darf man so sagen. Die Bäckerei Rüb ist in Langenwurzelten. Und die machen nicht nur einen sehr guten Kaffee, die haben auch Zimtschnecken. Habe ich dir mitgebracht, als wir zu dem Auto gefahren sind nach Hamburg, hast du nicht gegessen, weil du Low Carb machen wolltest. Wirst du heute auch nicht wollen, vermutlich. Aber wir holen uns einen Kaffee dort. Es ist einfach besser als bei den anderen, wo wir jetzt vorbeifahren könnten. Sehr, sehr gut. Und taugt dann einfach total gut. Aber 3,6, ihr hört gerade das Piepsen. Hast du das Piepsen gehört? Vielleicht tatsächlich was, was viel, viel wichtiger ist beim Thema Autofahren als die 3,6 von 0 auf 100. Die macht man so am Anfang hin und wieder mal. Man nimmt den Nachbarn mit rein. So, also kein Auto hinter uns. Man würde den Nachbarn einsteigen und sagen, ey, guck mal, was mein neues Auto kann. Und dann drückt man es aufs Gas. So, 50. Ich bin aber auch vorher schon vom Gas wieder runtergegangen. 50. Und das Problem ist, Pieps, ich fahre jetzt, ganz knapp über das Tempo leben und das Auto piepst. Das ist kein Volvo-Problem. Das ist auch kein China-Problem oder so. Das ist ein Problem der aktuellen EU-Gesetzgebung. Weil du einfach von allen diesen, es sind ganz viele Assistenzsysteme, die sind heute für neue Fahrzeuge vorgeschrieben. Die müssen in den Autos drin sein. Da gehört auch dazu, dass das Ding aktiv warnt, dass du zu schnell fährst. Macht er auch. Machen alle neuen, machen alle modernen Autos. Kannst du ausschalten. Und jedes Mal, wenn du das Auto neu entschaltest, musst du es wieder ausschalten. Ist also total cool, wenn man dazu einen sogenannten Shortcut hätte. Richtig? Ja, habe ich mir aufs Lenkrad gelegt. Und ich überlege, die Taste war es. Zack. Tempolimit-Warnung aus. Du kannst nämlich in deinem XC40, XC40 sag ich, in deinem EX30, in deinem EX30, schön hier auf Einstellungen gehen. Einstellungen, Bedienung, und dann hast du da unten Bedienelemente am Lenkrad, konfigurierbare Taste. Kannst du aber was anderes drauflegen, den Anzeigenmodus zum Beispiel, One Paddle Driving und so weiter. Ich bin mir sicher, mit dem Software-Update Over the Air wird es hier noch mehr Varianten geben. Und die kannst du dir schön auf die Taste drauflegen und dann ist die aus. Warum hat er jetzt trotzdem Biep-Biep gemacht? Weil, was gehört auch dazu, ein Fahrerüberwachungssystem. Ist hier die Kamera drin und die Kamera guckt, ob ich wirklich auf die Straße schaue. So, grande misere. Dazu. Scheiße. Mut, Flo. Dann müssen wir uns ein andermal treffen für ein anderes Auto. Dann gibt es, vielleicht gibt es dann auch eine Zimtstrecke von der Bäckerei rüber. Gut. Grande misere, das Thema mit der Fahrerüberwachungssystem. Auch das, kein Volvo-Thema, kein China-Thema oder so. Das ist einfach EU-Gesetzgebung. Das kommt in jedem Auto, was eine EU-Typ-Zulassung ab, was 22, 23 hat, 24, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja unter das Video schreiben, wenn ihr es besser wisst als ich, dann schreibt das unten drunter. Haben alle Autos und führt jetzt einfach dazu, natürlich, man könnte ja auch sagen, hier bei der Tempowarnung, musst du doch nicht ausschalten, fahr doch einfach langsamer als das Tempolimit. Aber es ist ja tatsächlich, hier, wir haben 272 PS an der Hinterachse, wir haben 157 PS, meine ich, Elektromotor an der Vorderachse, zusammen eine Systemleiste von 408 PS oder so. Das Auto fährt halt auch einfach so, so sämig und so kraftvoll. Das ist ja, da gibt es keine Schaltpausen, da gibt es keine Wartepausen, da ist einfach immer Kraft vorhanden. Immer. Und du musst schon recht bewusst auch dabei sein mit dem Kopf, um zu gucken, dass du jetzt hier nicht einfach ein bisschen zu viel aufs Pedal drückst, weil egal was ich mache, jederzeit, du kannst da schon dafür sorgen, dass die Reifen ordentlich in Stress kommen, um die Kraft auf den Boden zu bringen. Das ist jederzeit machbar. Das können sich viele Leute, die heute noch sagen, Elektroauto, das kaufe ich mir nie. Diesel-Dieter, Grüße gehen raus an Diesel-Dieter. Elektroauto kaufe ich mir nie. Das könnt ihr euch oftmals gar nicht, das rafft ihr gar nicht. Wie viel Laune, wie viel Laune das ist. Es ist halt jetzt auch schon wieder, gut, ich habe es ausgeschaltet. Ansonsten, ey, ist ja auch so ein Thema, ist doch eigentlich ein Kompakt-SUV. Was willst du da denn jetzt viel Fahrkomfort, Luxus und so erwarten? Aber, wenn du ein Auto hast, jetzt reden wir über ein Auto, was nicht im Nachhinein zum Elektroauto umgebaut wurde, wie zum Beispiel beim XC40, sondern es ist ein Auto, was konstruiert wurde als Elektroauto. Dieses sogenannte Skateboard und die Technik, wo du eine Batterie unten in einem extrem steifen Rahmen unten hast, einen E-Motor vorne, einen E-Motor hinten und dann die Karosserieaufbau obendrauf. Die ganze Karosserie, das ganze Fahrzeug, wurde ja von Anfang an so konzipiert, dass du eben im Kopf halten musst, es gibt weniger Vibrationen von Motor, Motor, Getriebe, es gibt weniger Geräusche. Dementsprechend kommen viele Geräusche von den Reifen oder Luft, also Aerodynamikgeräusche, Windgeräusche, kommen eher durch. Willst du aber auch nicht haben. Also musst du mehr Arbeit da reinstecken, dass du die Abrollgeräusche und die Aerodynamik, die Geräusche des Windes ums Auto herum, dass du die minimierst. Da steckt zu viel Arbeit drin. Und wenn du jetzt aber das Ergebnis hast, hast du weniger Vibrationen, hast du weniger Verbrennungsgeräusche, hast du weniger generelle Noise, Vibration Harshness ist der Fachbegriff. Und dann hast du noch die Aerodynamikgeräusche reduziert und hast die Abholgeräusche reduziert und dann hast du einfach ein Auto, was einfach unfassbar leise ist. Aber auch in so einem Segment. Das hier ist ja jetzt wirklich Volvo Entry Level. Mein Volvo ist jetzt keine Namenmarke, wo du dir Sorgen machen musst, dass du irgendwas Billiges kaufst. Aber wir sind im Entry Level. Das ist der kleinste Volvo. Und trotzdem einer der stärksten Volvo, die hier auf die Straße kommt. Der stärkste Serien-Volvo, der in Serien gebaut wurde. Das ist, das ist, das ist, das musst du dich, also. Und mit dem Gefühl, mit den Gedanken sitze ich hier drin und denke mir so, Ja, da mache ich jetzt hier meinen ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Ja, jetzt fragt mich manch einer, du hast doch gesagt bei der Pressefahrveranstaltung hier mit dem Tacho. Ja, ich glaube, ich hätte gerne so ein Head-Up-Display vor mir, weil da habe ich mich jetzt noch nicht 100% dran gewöhnt, dass das hier so recht klein drin steht. Ich meine, natürlich kannst du fahren, indem du so ein teilautomatisiertes Fahren, teilassistiertes Fahren hast. Erkennt ja auch da oben entsprechend die Fahrzeuge. Du hast die Straße drauf. Lenkt für dich. Auch das funktioniert alles gut. Geschwindigkeit kannst du übernehmen lassen. Theoretisch brauchst du so viel nicht mehr den Tacho im Bewusstsein vielleicht. Aber es ist für mich auch so eine Sache der Gewöhnung. Ich meine, mit Ende 40, wie viele Jahre fahre ich dann das Auto? 30 Jahre kann das, oh, oh, ich fahre dieses Jahr 30 Jahre Auto. 30 Jahre Auto, hast du natürlich auch 30 Jahre lang so gewisse klassische Geschichten gelernt mit, da ist der Tacho. Ich habe aber auch gelernt zu schalten und so weiter. Und ich habe auch gelernt, leicht entzündliche, leicht entflammbare Kraftstoffe in einen Tank zu füllen. Und ich schalte heute auch nicht mehr. Ich schalte auch heute gerne nicht mehr. Und habe auch kein Problem damit, nicht tanken gehen zu müssen, sondern immer mit einem vollgeladenen Auto loszufahren. Aber es ist, es ist, beim Tacho ist es so ein Thema, da brauche ich noch ein bisschen, bis ich da dran bin. Alles andere, Geräusche, assistiertes Fahren, Komfort ist schon sehr geil. Weil ich auch immer wieder geil finde und ich finde es auch schön, dass wir es im kleinsten Rollen gemacht haben, wenn du da rausschaust, die rahmenlosen Spiegel, auch das ist so eine Geschichte, das wirkt einfach gut. Hier drinnen ist noch so ein Plastikrahmen drum. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Plastikrahmen, ob der da dranbleiben muss. Er wirkt so ein bisschen, als könnte man ihn abmachen. Vielleicht fahre ich da nochmal zu meinem Lieblingsverkäufer, meiner Lieblingsverkäuferin bei den MH-Autohäusern und lass uns das mal sprechen, da mal drüber. Ansonsten, ich genieße das Fahren sehr. Reichweite. Schauen wir mal, wir haben jetzt gerade 294 Kilometer Reichweite bei 65 Prozent Akkustand. Da muss ich eher wieder Pipi machen gehen, als dass ich mich über die Reichweite beschweren würde. Und mittlerweile ist es ja so, weißt du noch, die ersten Elektroautos, die wir gefahren sind, da gab es kaum Schnellladesäulen. Da sind wir zu Ikea gefahren, mit dem Plug-in Hybrid Outlander. Weißt du hier? Da sind wir zum Ikea gefahren, weil da gab es eine Schnellladesäule. Mittlerweile gibt es hier an jeder Ecke eine Schnellladesäule. Wir haben in Lohr alleine mittlerweile sieben Schnellladepunkte, meine ich. Also das ist schon sensationell. Sorgen muss sich da wirklich keiner mehr machen. Vielleicht ist das so eine Botschaft beim Fahren jetzt, dass die Leute das verstehen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, probiert es einfach mal aus. Der Komfortgewinn ist sensationell. Und wenn du dann noch überlegst, dass du das Auto, jetzt muss ich mal wieder gucken, wie ging der Verbrauch, Fahrzeugstatus, Fahrtinformationen. Gut, ich würde es jetzt mal nicht sagen, dass das wirklich so ernsthaft ist. Da ist keine bisherige Fahrt dabei, wo ich normal gefahren bin, wo ich einfach mal wirklich die ganze Zeit normal gefahren bin. Da ist Leerlauf, Batteriebetrieb dabei, da ist, guck mal, da geht in 3,6 Sekunden auf 100 und so. Aber wenn du diese 21,6 Kilowattstunden den Energiegehalt von dem, was das Auto jetzt bisher gebraucht hat im Durchschnitt, wenn du das umrechnest, dann bist du bei eben weniger als 2 Liter Kraftstoffverbrauch auf 100 Kilometer. Sorry. Das ist halt, da muss man sofort sich im Kopf sagen, warum fahre ich dann ein Auto, was das Fünffache braucht? No offense, Flo. Du fütterst ja auch 13 Liter in deinen Sechszylinder-Boxen, oder? Zehn. Naja, okay. Zehn ist halt fast sparsam. So, sind wir auch gleich da. Machen wir noch einen kurzen Besuch im MH Autohaus. MH Autohaus, ist euch das allen bewusst? MH Autohaus, das M&H steht für? Mühle und Hut. Mühle und Hut, genau. Für die beiden Firmengründer. Aber die haben halt da in Lohr angefangen, Mühle und Hut. Ich denke, die haben auch mit Mitsubishi oder haben lange mit Mitsubishi angefangen. Müsste mal auf die Webseite gehen, mh-autohaus.de. Da steht das drauf. Dann Suzuki, dann jetzt eben Ora und Way dazu. Da haben sie angefangen, aber die anderen Autohäuser gehören halt jetzt mittlerweile dazu. Da muss man sich halt irgendwann Gedanken machen. Sind wir noch Mühle und Hut oder sind wir die MH Autohäuser und haben eben acht Marken? Das ist schon geil. Du kommst da hin und egal, was du willst, du kannst ja ein Suzuki Ignis und ein Volvo EX30. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht die gleichen Menschen, die das Auto fahren würden. Da gibt es einfach unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Anforderungen auch. Also was jemand, der ein Ignis kaufen möchte oder jemand, der ein Volvo kauft. Ich glaube, die haben unterschiedliche Wünsche an ihren Auto. Aber alles, alles kannst du komplett umfänglich dort dir erfüllen. Ist eigentlich ein ziemlich gutes Konzept, finde ich. Vielleicht noch eine Sache, die wir bei den Testfahrten in Hamburg so nicht funktionierten hatten. Ich hatte ja gesagt, okay, das mit der Lautstärke funktioniert nicht gut. Ich kann euch sagen, jetzt hier meine Lautstärke regulieren, darüber funktioniert, wie es funktionieren soll. Lange drücken ist gemutet und ansonsten hoch und runter ist leiser. Funktioniert einfach. Und was ich beim allerersten Mal auch nicht geschafft hatte, hier herrnmäßig zu begreifen, ist, wenn du den Fahrhebel-Schalter, den Gangwahl-Schalter im Prinzip, noch einmal nach unten schaltest, dann hast du deinen Drive-Pilot an. Das heißt, du aktivierst den im Prinzip einfach nur einmal nochmal runterschalten. Und das ist in solchen Situationen jetzt wie hier, da vorne ein Traktor, den Berg hoch, dürfen nicht schneller fahren, du kannst es nicht überholen, weil du es nicht siehst, über die Kuppe siehst du es nicht. Außerdem sind es 1, 2, 3, 4, 5 Autos vom Traktor. Ist das eine super Geschichte. Hält sofort dein Abstand, Abstandsradar und hält die Spur richtig. Also, ich bin da ein großer Freund davon. Und jetzt gleich, oben ist dann frei, mache ich wieder runter, ist der Pilot Assist, Pilot Assist heißt er, ist der Pilot Assist wieder ausgeschaltet und funktioniert. Inzwischen Pilot Assist und rein im Tempomaten umschalten, hast du das hier drüben am Lenkrad. Und jetzt noch ein bisschen Benutzung ist es auch so, dass ich sage, ja, das ist zwar ein Touchding, aber du musst es ja schon haptisch reindrücken. Ist aber auch eine interessante Erfahrung für mich jetzt wieder, wenn du einmal ein Auto fährst und fährst nur für ein paar Stunden zum Beispiel, hast du eine andere Wahrnehmung, als wenn du es ein zweites und drittes Mal fährst, wenn du einfach mehr Zeit hast mit dem ganzen Thema. Das umreißt man dann schon anders. Was dann auch tatsächlich für mich immer wieder die Frage ist, wie aussagekräftig sind eigentlich diese autojournalistischen Test- und Probefahrten. Weil so richtig, richtig kennenlernen tust du ein Auto ja erst nach viel mehr Fahrzeit. Gute Frage noch, komme ich mit dem Lenkrad zurecht? Weil das ist ja oben und unten abgeflacht. Gut, es gibt ja Autohersteller, die verkaufen gegen Aufpreis Lenkräder, die nur noch so ein Steuerhahn sind. Ja, in den meisten Fällen habe ich meine Hände entsprechend wirklich Viertel vor drei, wie man sie haben soll. Und in dem Fall passt das gut. Und der Vorteil von den unten abgeflachten Lenkrädern ist ja, dass Menschen mit Bauch, so wie ich, dass die unten einfach ein bisschen mehr Platz haben. Das ist schon sehr wild, wenn ich mir das hier anschaue, den Verbrauch der letzten 50 Kilometer. Ist schon, ne? Also, guck mal, was geht. Ich rekuperiere volle Kraft. Guck mal, was geht. Ich rekuperiere. Ach so, rekuperieren. Auch das könnt ihr ja einstellen entsprechend. Hier, One-Pedal-Drive. In der Stadt ist One-Pedal-Drive, okay. Überland würde ich immer ohne. immer so fahren, dass er maximal rekuperieren kann, bevor du rekuperierst. Ja, das haben wir, glaube ich, bei unserer Testfahrt auch noch nicht gezeigt. Die ganzen verschiedenen Ambiente-Lichter und so weiter. Aber jetzt am Tag sieht man das, glaube ich, auch nicht so gut. Und er sagt schon wieder, bitte konzentriert bleiben. Hier, das ist die Pätze, da ist die Kamera drin, die kontrolliert dich, dass deine Augen, also die kontrolliert die Augen, dass die Augen auf die Straße schauen und nicht zu lang wegschauen. Ist halt so. Moderne Zeiten. Man könnte auch sagen, wenn sich die Leute früher keine Unfälle gebaut hätten, weil sie abgelenkt sind mit ihren, mit einer Moderation oder mit einer hübschen Frau im Auto nebendran, dann hätte man das ja auch nie gebraucht. Aber die Verarbeitung ist doch geil, oder? Es ist grundsolide. Es ist nichts am rappeln, es ist nichts am scheppern, es ist nichts am klappern, es ist nichts am knackern. Das ganze Auto wirkt einfach wie aus einem Guss. Ich finde das schon sehr geil. Es ist so geil. Du fährst ein Auto, ich überlege mir, wenn ich meiner Oma erzähle, mein erstes Auto, 1er Golf GTI, 110 PS. Meine Oma hat gesagt, wofür braucht ein Mensch so viel Leistung? Ich sage ihm, du oma, ich fahre ein ganz ökologisch sinnvolles Auto, hat voll viel Recyclingmaterial, du kannst es vom Dachladen mit deinem eigenen Strom, voll CO2-frei und so. Das ist voll geil. Ach Oma, das Auto hat 408 PS. Hört mich an, schon mit dem Omnibus. Ach ja. So, das kennt ihr schon, das ist, das ist Möhler & Hut in Lohr, also Emma Autohaus in Lohr. Wir fahren mal kurz über den Hof, wir gucken mal, was hier noch so rumsteht. Ey Flo, guck mal, die haben sogar jetzt schon einen Way hier stehen. Zeig den Leuten mal den Way. Guck hier drüben rechts, da ist der Aura und da ist ein Way. Und wenn ihr ein bisschen mehr was zu dem Way erfahren wollt, dann fahren wir da eine Probefahrt hier oder schaut euch das Video an. Guck mal hier, Auras und Space Stars, ganz, ganz viele. Mein lieber, Entschuldigung, Auswahl haben sie hier. Auswahl haben sie hier. Gut, ich würde sagen, wir machen noch eine Episode zum Volvo EX30. Da setze ich mich mal hinten rein, auch wenn ich mich nicht vorhabe, allzu oft hinten zu sitzen und erkläre euch, erzähle euch noch, was das Auto gekostet hat. Und bis dahin, nicht vergessen, der gestammt von Möhler & Hut beziehungsweise von den Mh-Autohäutern. Und das war auch so, mein Name ist Björn Habinger, mein Freund der Michhabi, den Kanal abonniert habt, dürft ihr mich Habi nennen. Und wir sehen uns nächste Woche, dann beim vierten Teil, sogar im neuen EX30. Flo, ich habe auch ein neues Auto für dich, guck mal hier, hier rechts. Nie wieder Parkplatznot in Frankfurt. Das stimmt. Und rein elektrisch. Der passt doch bei uns in den Fahrstuhl rein. Das wäre ja eine Marktlücke für neue Autos. Autos, die du im eigenen Wohnzimmer dann parken kannst.